Ja, hallo Freunde, hier ist der Bambam und hier ist eine kleine Ankündigung für euch. Und zwar das Mask Event 2 ist demnächst, ja, wird demnächst stattfinden, sagen wir es mal so. Mask Event 1 war ja so eine spontane Geschichte, einmal abends. Mask Event 2 wird jetzt offiziell angekündigt, 26.11. 20 Uhr abends rocken wir World of Tanks ein bisschen. Jeder, der da Lust und Laune hat, kommt hier in World of Tanks und schreibt dann mich oder einen von den anderen drei Kameraden aus meinem Clan, die sich da mit drum kümmern und das Ganze auch leiten werden und so weiter, sich um die ganzen Sachen kümmern. Die Namen werde ich hier unten drunter verlinken unter dem Video, die schreibt ihr dann einfach an, die geben euch die TS-Daten, ihr kommt aufs TS und das Ding geht los. Wenn unser TS voll ist, ist es voll, dann starten wir oder wenn keiner mehr kommt, starten wir auch. Vielleicht schwenken wir auch eine Runde zu den Schiffen oder zu den Flugzeugen, wissen wir alles noch nicht so genau. Aber was wir wissen ist, dass hier die Bude brennen wird und wir uns für World of Tanks auf jeden Fall schon mal jede Menge coole Sachen ausgedacht haben. Und ich hoffe, ihr werdet zahlreich erscheinen, sodass wir nachher nicht Clan intern hier nur am Fahren sind, sondern wir würden uns freuen, wenn ein paar von euch auch da mal reinschneiden. Also merkt es euch, 26.11.2016 ist ein Samstag und das ist dann abends so gegen 20 Uhr, denke ich mal, fangen wir an mit der Geschichte. Okay Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann, guckt mal, ob ihr euch da frei nehmen könnt und dann hauen wir hier mal einen raus. Also bis dann, tschüssi Kowski.